Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Video möchte ich noch mal ein bisschen eingehen auf die wirtschaftliche Situation in der EU, wo ich mich zumindest einigermaßen auskenne, was die Wirtschaft anbetrifft, wo ich auch selber lebe und wo ich natürlich auch beobachten kann, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Was auffällt, wir hatten ja die C-Geschichte und da haben wir ja schon gesagt, ganz viele, vor allen Dingen kleine Läden, kleine Restaurants, auch kleine Kneipen werden das nicht überleben. Ja, und das ist natürlich zum Teil auch eingetreten. Ganz viele kleine Restaurants, kleine Kneipen, auch kleine Boutiquen haben dichtgemacht. Einige sind noch da. Und jetzt sehen wir gerade durch diese Teuerungsrate, Inflation und, und, und Menschen, die auch immer weniger Geld haben, welches sie ausgeben können, sehen wir jetzt die nächste Runde. Wir hatten das gesehen, ich hatte auch Videos dazu gemacht über die Stadt Herlen. Herlen, Kerkrade, im Süden der Niederlande, also ganz in diesem Zipfel bei Aachen. Ja, Aachen, Herzogenrad, die Ecke. Und das ist auf niederländischer Seite seit vielen Jahren, seit ungefähr 50, 60 Jahren, eine Problemzone. Eine Zone, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Das war früher Bergbau, da gab es viele Menschen, die Arbeit hatten, da gab es viel Geld, da gab es sogar das allererste oder eines der allerersten Kaufhäuser der Niederlande in Herlen, das Kaufhaus Schunk. Heute ein wunderbares, modernes Gebäude für Kunst und ein Museum, ein Museum Kunst. Und oben ein Café und auch eine Bibliothek. Und ich glaube, sogar eine Musikschule ist in diesem Gebäude drin. Es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, ein tolles Zeichen der Zeit. Und die Zeiten haben sich geändert. Der Bergbau ist weg. Es wurde eine Problemzone mit hoher Arbeitslosigkeit, viele Sozialhilfeempfänger und, und, und. Ist immer noch ein bisschen so. Aber es gab nach wie vor, zumindest in Herlen und auch in Kerkrade, einige Läden, wo man einkaufen konnte. Wir haben gesehen in der C-Zeit, wie gesagt, Videos habe ich gemacht, dass da immer mehr Läden zugemacht haben und die Straßen standen leer. Herlen wird jetzt gerade vollkommen umgemodelt, also mehr Grün in der Innenstadt und weniger Gebäude. Also auch einige Gebäude, die nicht so schön waren zum Ansehen. Ja, auch Zeichen der Zeit der 60er und 70er Jahre, dieser Betonbauten. Die sind jetzt weg und da wird alles ein bisschen verändert. Und dann gehen wir jetzt rüber auf die andere Seite der Grenze, gehen wir nach Aachen. Aachen, ihr wisst, ich bin in Aachen geboren und Aachen ist auch mit Maastricht. Das sind so Städte, ja, wo mein Herz natürlich daran hängt, da wo man geboren ist, da wo die Wurzeln sind. Das sind ja so Orte, die man mag. In Aachen gab es so vor 30 Jahren, das war vielleicht so, zumindest aus meiner Zeit, die Hochzeit, die Blütenzeit der vielen kleinen Lädchen, Boutiquen. Der schönen, schönen Läden, auch kleinen Restaurants, kleinen Cafés in Aachen. Und da wurden gerade meine Kinder geboren, da bin ich auch gerade von München nach Aachen zurückgezogen, also in die Region Aachen. Und da haben wir sehr, sehr viele schöne Stunden verbracht. Die Freundinnen auch mit kleinen Kindern in der Innenstadt haben uns da getroffen, Kaffee getrunken. Und da entstanden damals so schöne neue Boutiquen. Und eines dieser Lädchen hat bis heute überlegt, ein Schuh- und Kleidungsladen. Gegründet, und die Aachener wissen, welchen Laden ich dann meine, gegründet von einem Türken, also damals ein junger türkischer Mann. Er ist genauso alt wie ich, er ist gerade verstorben, habe ich gehört. Er hat diesen Laden gegründet, er ist aus der Türkei gekommen, hatte ein super Konzept, hat in der Türkei die Kleidung machen lassen. Und sehr gute Schuhe, ich glaube in Italien oder in Spanien. Jedenfalls Qualität für einen guten Preis, gutes Qualitäts-, also Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Laden boomte, das war sogar dann, irgendwann hatte er dann einen Laden. In Maastricht mit seiner Frau gemeinsam, Aachen, Maastricht, Köln, Düsseldorf, ja richtig viele. Inzwischen ist da nicht mehr viel von übrig und in Aachen, der kleine Laden, die Dame, die da arbeitet, die ich sehr, sehr gerne mag, wo ich mich regelmäßig mit unterhalte, sie hat mich vor kurzem, holt sie mich rein, sagt sie, und, ja, und haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann sagt sie, es sieht nicht so gut aus hier mit Aachen. Ich sage, wieso? Ja, sagt sie, es ist nochmal ein bisschen schlechter geworden. Die Innenstadt in Aachen stirbt gerade aus. Und ja, der Laden, sie sagt, wir haben kaum was zu tun, es ist nicht der einzige Laden. Die Geschäfte haben kaum etwas zu tun. Ja klar, die großen Ketten, die großen Discounter-Kleidungsketten mit der Qualität, die man eine Saison trägt und dann schmeißt man sie weg, die haben einigermaßen zu tun, junge Leute leisten sich das, übrigens meiner Meinung nach viel zu teuer, die Sachen. Aber okay, das ist meine persönliche Meinung. Jedenfalls die kleinen Einzelhandelsgeschäfte oft noch geführt von Einheimischen. Ja, jemand, der vor 30 Jahren oder noch länger, 40 Jahren hierher gekommen ist oder hier sogar aufgewachsen ist, das sind Einheimische. Die haben es unglaublich schwer und da werden wir jetzt in nächster Zeit auch noch einige sehen, die dicht machen. Warum rede ich über dieses Thema? Klar, jeder sieht es und wahrscheinlich werden viele Zuschauer jetzt sagen, bei uns sieht es nicht anders aus. Jeder sieht es. Was wir gleichzeitig sehen, ist eine, und das ist meine persönliche Meinung, eine irre Verkehrspolitik, die überhaupt keinen Sinn macht. Aachen, ja, wenn ich da hin möchte, muss ich hohe Parkgebühren bezahlen. Also für drei Stündchen bin ich mal locker eben so fast schon sieben Euro oder mehr los im Parkhaus. Oder für zwei Stündchen sind es 450 oder fünf in manchen Parkhäusern. Auf der Straße parken ist ja so gut wie unmöglich, ja, da ist ja Maximumparkzeit, so und jetzt komme ich zum Punkt, Maximumparkzeit ist eine Stunde. Da muss ich 2,40 Euro für bezahlen. Wenn ich aber ein Elektroauto habe, dann darf ich zwei Stunden parken und es ist gratis. Gleichzeitig hat Aachen jetzt, es gibt also einen Ring in Aachen und dann gibt es eine, es gibt den Marktplatz, der ist relativ groß, die autofreie Innenstadt und dann der Marktplatz, also alles die Altstadt, wunderschön. Und um diese Altstadt rum geht es vom Studentenviertel rüber in die Innenstadt, Jakobstraße, gibt es so eine Umgehungsstraße. Eigentlich eine sehr wichtige Verkehrsschneise für Menschen, die in der Stadt etwas zu erledigen haben, die zum Beispiel in eine Wäscherei wollen, die Sachen zur Apotheke müssen, zum Arzt müssen und, und, und. Diese, und da habe ich auch schon in einem anderen Video darüber erzählt, diese Durchgangsstraße ist mit Böller dicht gemacht. Die ist einfach dicht gemacht. Eine ganz wichtige Durchgangsstraße, was dann in der Praxis dazu führt, dass, da sind jetzt überall Bäche, die hier in Aachen, so kleine Bächlein, die offen stehen, ja, und die Autos versuchen, um diese Böller rumzufahren. Manche landen halt mit einem Rad in diesem Bach, versuchen rauszukommen. Also da entstehen die verrücktesten, eigenartigsten Verkehrsgeschichten. So, und jetzt frage ich mich, ich frage mich wirklich persönlich, A, wer ist der Wichtigste, wer hat das Sagen in der Stadt? Eigentlich die Bürger, ja. Die Bürger haben das Sagen. Die Bürger leben in der Stadt, die Bürger zahlen die Steuern, die Bürger haben das Sagen. Die Bürger sind die Kaiser. Ja, und dann haben wir die Politiker. Die sind demokratisch gewählt. Die haben also die Interessen der Mehrheit der Bürger zu wahren. Ist manchmal nicht ganz leicht. Aber meiner Meinung nach, und das ist, und deswegen wollte ich auch in diesem Video nochmal darauf eingehen, meiner Meinung nach ist es Diskriminierung. Wenn ich Menschen, die sich kein Elektroauto leisten können, wenn ich die diskriminiere und denen sage, nein, ihr müsst bezahlen und ihr dürft nur eine Stunde parken. Und diejenigen, die ein Elektroauto haben, die dürfen zwei Stunden gratis parken. Wobei noch hinzukommt, dass die meisten Elektroautos natürlich Leasingautos sind von Menschen, die eine Firma haben oder als Arbeitnehmer einen Firmenwagen bekommen. Ja, also ich kenne ehrlich gesagt, ich persönlich, weiß nicht wie es euch geht, kenne sehr, sehr wenige Menschen, die sich privat ein Elektroauto leisten. Fast immer sind das Autos, die dann beruflich abgesetzt werden können oder die von der Firma bezahlt werden. Gut, jetzt brauchen wir nicht über Elektro oder Verbrennungsmotor. Da sind die Diskussionen ja eh mehr oder weniger in Deutschland schon abgeschlossen. Zumindest wird uns das glaubhaft gemacht. Aber die alltäglichen Situationen, wie zum Beispiel das Gratisparken für Elektroautos, ist meiner Meinung nach Diskriminierung. Denn es gibt vielleicht eine ganze Reihe Menschen, die ein Auto haben und sich das mit Mühe und Not ein Gebrauchtfahrzeug leisten können. Vielleicht auch der Student mit nicht so reichen Eltern und der dann da nicht parken darf. Oder wenn er parken darf, nur eine Stunde und dafür bezahlen darf. Und dieses eine Straße, eine funktionierende Verkehrsdurchgangsstraße, die wichtig ist für den städtischen Verkehr, die einfach mit Böller zuzumachen. Ich halte das für Diskriminierung. Ich halte das für etwas, was meiner Meinung nach nicht sein darf. Und es führt natürlich dazu, dass immer weniger Menschen in die Innenstädte gehen. Ja, ich hätte es auch gerne anders, dass alle mit dem Fahrrad fahren und alle, wenn sie ein Auto fahren, ein Elektroauto nehmen. Ja, aber wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Wir denken an uns. Wir sind auch bequem. Und wir fahren nicht in die Innenstadt, wenn wir dafür 10 Euro bezahlen müssen und wenn wir dann nicht die Durchgangsstraßen benutzen können. Dann machen wir das nicht. Wir sind so. Wir sind Menschen. Und Politiker sind ehrlich gesagt nicht dazu da, uns Menschen zu erziehen. Wobei ich dann noch gucken möchte, weil ich sehe auch schon mal Politiker, die nämlich genau das machen, selber machen, was sie nicht predigen. Also da auch nochmal an die eigene Nase fassen. Ja, das musste ich einfach mal loswerden. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt.